Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört, weil das vielleicht der Amerikaner hat mit dem Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat. Ich denke nicht. Das muss schon kurz sein. Ich bin schon fast so. 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 Hm, das ist es... Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Okay. Geht! Das war's. 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 Das war's.